Episode 327. Lernen auf dem Smartphone, Perplexity-App und Chat-GPT-App im Vergleich. Mehr dazu nach dem Intro. Los geht's! Schön, dass ich wieder in deinem Ohr sein darf oder auf deinem Screen. Je nachdem, ob du das Ganze jetzt hier siehst oder hörst, vielen herzlichen Dank dafür. Warum komme ich auf diese Episode? Und zwar war ich jetzt mit meiner Familie in München und da es so heiß war, sind wir dann mit den Kindern ins Freibad gegangen. Und einer hat dann immer auf die Anziehsachen aufgepasst und der andere ist dann mit den Kindern schwimmen gegangen. Und es war so, dass wir als Franz dann mit den Kindern im Wasser waren. Dann habe ich mir überlegt, ach ja, eigentlich könnte ich mir noch ein paar Gedanken zu meinem Kurs machen. Und die habe ich mir dann auch gleich mithilfe der KI gemacht und habe mir dann so ein paar Notizen erstellt. Also ich habe wirklich hier so ein paar Notizen aufgezeichnet, wo ich wirklich mit der KI zusammen was gemacht habe. Ich habe mir, weil ich den Kurs ja nochmal ganz umstrukturiert habe, vom letzten Kurserstellung mit KI in den AI-Practitioner, das soll ja auch im Sprint-Design alles funktionieren, habe ich mir nochmal richtig viele Gedanken reinfließen lassen. Teilweise mit der KI, teilweise natürlich auch ausgrund der Vorerfahrung, die ich jetzt habe, über die ganze Zeit. Und das ist dann in dieses Buch hineingeflossen, in der Zusammenarbeit mit der KI. Ich habe ihn so ein bisschen als Assistenten genutzt. Da komme ich aber gleich zu. Und ich nutze ja sehr viel Chat-GPT auch am Smartphone, in der App. Und jetzt habe ich aber viel Perplexity genutzt. Warum? Weil ich aktuellere Daten haben wollte. Ich wollte auch auf Quellen zugreifen, die wirklich aktuell sind. Und das macht für mich den großen Unterschied zwischen Chat-GPT und Perplexity einfach aus. Ich kriege hier ganz aktuelle Daten. Ich kann über mehrere Seiten das Ganze mir zusammenfassen lassen. Und die Auswahl trifft Perplexity und zeigt mir dann aber auch an, von welcher Quelle welche Information stammt. Das können Videos sein, das können Blog-Beiträge sein, das kann alles Mögliche sein, TED-Talks, alles. Das finde ich sehr gut. Also, dass hier verschiedene Quellen benutzt werden. Chat-GPT dagegen ist meistens, wenn du es ganz normal nutzt, nicht so tagesaktuell. Ja, er hat zwar Internet-Zugriff, aber wenn du es nicht immer explizit dazu schreibst, kann es auch schon mal sein, dass er dann so ein bisschen Halluzinationen macht. Es ist besser geworden, aber trotzdem halluziniert die KI nochmal sehr gerne. Und ich kriege ja keine Quellenangaben. Das war aber mir jetzt sehr wichtig. Ich wollte Quellenangaben auch haben, um für meine eigene Recherche, für mein eigenes Sicherheitsbedürfnis, das Ganze zu befriedigen, um meinen Teilnehmenden auch die bestmöglichen Informationen zu geben. Also, ich habe schon mal einen Punkt genannt, nämlich die Echtzeit-Recherche und die Quellenangabe. Das ist ein großer Unterschied zwischen Perplexity und Chat-GPT. Ich kriege die Quellen immer unten drunter angegeben. Das habe ich aber auch schon mal in einer anderen Podcast-Episode, wo ich schon mal auf Perplexity im Browser eingegangen bin. Hier soll es jetzt aber wirklich um die App gehen. Und auch in der App werden mir die Bilder alle angezeigt, die gefunden worden sind. Es werden die YouTube-Videos alle angezeigt. Also, im Prinzip wie der Browser, nur halt am Smartphone. Die Konversation ist nicht ganz so, ich sage jetzt mal, emotional wie mit Chat-GPT. Bei Chat-GPT ist es so, hier nutze ich die KI gerne, um Trainingsdesigns zu besprechen, um zu brainstormen. Oder um die, um jetzt mal noch ein ganz anderes praktisches Beispiel zu geben, um zum Beispiel den Teilnehmern die Aufgabe zu geben, Ihr geht jetzt in die Kleingruppe, einer von euch öffnet die OpenAI-App am Smartphone. Da ist es ja mittlerweile mit dem kostenlosen Account auch sehr gut möglich. Öffnet die und dann nehmt ihr den als vierten Teilnehmer dazu. Und die Aufgabe ist es, Chat-GPT aktiv mit einzubinden, als wenn es ein Teilnehmer vor Ort wäre und dann das ganze Ergebnis kritisch nochmal zu hinterfragen. Passt es so? Ist es in Ordnung? Ist es nicht in Ordnung? Hättest du was anderes gemacht? Gab es vielleicht auch Erkenntnisse, auf die die Teilnehmer nicht drauf gekommen wären? Dann geht es zurück ins Plenum und dann werden die Ergebnisse aus den einzelnen Gruppen miteinander verglichen. Und da kommen schon mal so große Os und As raus. Das finde ich sehr spannend. Vor allem, was bewirke ich damit auch als Trainerin? Ich führe die KI mit ein, gebe ihr aber nicht den Riesenraum, sondern sie ist ein kleines Teilchen in dem großen Lernraum, den ich aufmache. Und das finde ich hier an dieser Stelle immer sehr schön, dass wir den Lernraum öffnen für die Möglichkeiten und gleichzeitig aber auch kritisch hinterfragen, um dann nochmal zu gucken. Das ist mir ganz wichtig. Denn beide KIs haben natürlich wirklich ihre Schwächen und natürlich ihre Stärken. Die Stärke ist halt, dass ich ein emotionaleres Gespräch mit ChatGPT führen kann, als es mit Perplexity ist. Dafür kriege ich bei Perplexity die Quellenangaben mit raus und der recherchiert nochmal ganz anders. Das ist mit ChatGPT nicht möglich. Des Weiteren kann ich bei Perplexity auch die Sprachmodelle wechseln. Ich kann also Claude 3.5 Sonnet wählen. Ich kann aber auch genauso gut auf Claude 3 Opus wechseln. Ich kann aber auch GPT 4.0 einstellen. Ich kann auch auf Sonar umstellen. Und Hatch, also da kann man halt gucken, welches KI-Modell, welches Large Language Modell von der generativen KI gerade dazu besser passt. Weil ChatGPT kann ich wählen, wenn du einen kostenfreien Account hast zwischen 4 O. Und wenn das aufgebraucht ist, dann fällst du wieder auf 3.5 zurück. Und bei der Pro-Variante kannst du wählen zwischen 4 O Mini oder 4. Auch hier ist es wichtig, jeder Einsatzzweck hat eine andere Variante. Es ist auch nicht so, das höre ich ganz oft, dass 4 O Mini, weil es jetzt die neueste Variante ist, die beste Variante ist. Und bitte prüfe das immer. Wenn du sowas fährst, prüfe es bitte selber nochmal. Der Fokus von Perplexity liegt auf die Fakten und nicht so auf die natürliche Unterhaltung. Deswegen kannst du auch nicht so den Smalltalk und deswegen ist sie auch nicht ganz so kreativ, wie sie halt bei ChatGPT sind. Oder die KI von ChatGPT ist. Da kannst du Rollenspiele auch mitmachen, als Pairingspartner nutzen, als Advocator Diabolo einsetzen. All das ist möglich mit der Kopfstandmethode. Wie gesagt, wenn ich diskutieren will, mache ich das ganz oft. Was ich auch einen großen Unterschied finde ist, und das kerst mich manchmal ein bisschen an, bei ChatGPT, ich spreche was in sie rein. Und wenn ich dann sage, pass auf, ich rede jetzt mal, du hältst jetzt mal die Gorschen. Und dann, wenn ich fertig bin, dann können wir weitersprechen. Ich sage, gibt dir dann auch ein passendes Stichwort. Trotzdem habe ich es ganz oft, sobald ich dann eine Pause mache, bumm, labert sie mir dazwischen. Und bei Perplexity ist es so, ich muss aktiv den Knopf drücken für die Spracheingabe. Und wenn ich den dann loslasse, dann rennt Perplexity AI erst los. Das ist ein großer Unterschied, finde ich, und den finde ich auch sehr gut. Also das macht mir hier sehr Spaß an dieser Stelle. Du hast ein geringeres Risiko der Fehlinformationen, weil Perplexity halt auf mehrere Quellen zugreift und auch nochmal die ganzen Quellen mit angibt, wo du auch immer dich noch nachversichern solltest. Also das solltest du ja eh immer tun. Sie sind halt nicht ganz so ausgereift. Aber du kannst ja beide miteinander kombinieren. Du gibst erst der einen den Aufgaben und dann gibst du den anderen die Aufgaben. Das mache ich auch ganz oft. Ich kombiniere KI-Tools miteinander. Warum? Weil ich das bestmögliche Ergebnis haben will. Und da ist es für mich ganz wichtig, dass ich das auch mache. ChatGPT kannst du gut zu der Erstellung von Lernmaterialien und Übungen nehmen, weil du hier halt nochmal wirklich richtig interaktiv damit arbeiten kannst. Und das macht es auch für mich als Lernende manchmal einfacher, wenn ich mich hier mit der KI unterhalte. Jetzt kommt es allerdings darauf an, wenn du ChatGPT nutzt wie Google, dann kriegst du halt auch so ähnliche Ergebnisse raus wie Google. Von daher empfehle ich dir einen etwas anderen Sprachgebrauch. Aber Sprache ist halt natürlich. Ich kriege viel mehr Worte untergebracht in der Sprache, als ich sie in der schriftlichen Variante in der gleichen Zeit schreiben könnte. Also das geht viel, viel schneller. Und es ist uns angeboren. Geschichten wurden, Storytelling wurde erstmal gemacht. Höhlenmalerei natürlich auch, klar. Aber erstmal wurde am Lagerfeuer die Geschichten weitererzählen. Und wir haben zugehört. Meine Kinder lieben Hörspiele. Warum? Weil es unsere natürliche Sprache halt einfach ist. Und das mag ich halt. Jetzt komme ich nochmal ein bisschen drauf zu, auf diese Sachen, warum du das Ganze am Smartphone ausprobieren solltest. Du bist flexibler. Du hast einen mobilen Zugriff. Also du kannst jederzeit überall, wie gesagt, ich habe es im Freibad gemacht. Ich möchte nicht wissen, was meine Nachbarn da gedacht haben. Die um uns herum lagen. Als ich mich da mit der KI unterhalten habe. Aber mein Gott, so what? Ich bin ja wieder gefahren. War jetzt nicht ganz so schlimm. Also du kannst es unterwegs machen. Du kannst die KI mit einbinden in deine Seminare. Aktiv mit einbinden in deine Seminare. Nicht nur zur Vorbereitung, sondern aktiv mit einbinden. Du hast eine hohe Flexibilität und förderst das mobile Lernen auch. Und das, finde ich nochmal, steigert die ganze Motivation. Du hast eine andere soziale Interaktion und Kollaboration unter den Teilnehmern und unter den Teilnehmern mit Interaktion mit der KI. Das kann das Engagement ankurbeln. Das kann aber auch manchmal das Gegenteil auslösen. Das kommt immer darauf an, was du für Teilnehmende hast. Dadurch, dass die ganzen Daten synchronisiert werden, hast du auch, und das finde ich auch sehr schön, hast du das hinterher auch im Browserverlauf. Das ist auch nochmal schön. Das heißt, du kannst den Prompt da nochmal angucken. Du kannst dir das Ergebnis angucken. Du kannst da nochmal dran rumfallen. All das ist möglich. Also ich mag es halt einfach, weil es für mich eine totale Arbeitserleichterung ist an der Stelle. Und wenn ich hier das Ganze einbinde und die Teilnehmer aktiv mit einbinde, verlieren sie vielleicht auch die Angst vor dieser KI, vor der Technik, die ja ganz oft da mitschwingt. Und wir nehmen sie einfach by the way mit rein und das finde ich schön. Allerdings muss ich auch dazu sagen, kann es sein, dass du, ich meine, das habe ich auch in München ganz oft erlebt, aber ich erlebe es ja nicht nur in München, sondern ich erlebe es auch hier bei uns zu Hause. Viele Leute laufen mit dem Smartphone vor der Nase rum und gucken gar nicht mehr nach rechts und links. Normalerweise nutze ich mein Smartphone, wenn ich, ich bin mit den Kindern in den Sommerferien jetzt auch bei uns hier im Freibad gewesen und da war das Smartphone sage und schreibe acht Stunden ausgeschaltet und ich war nicht erreichbar. Weil es eine Zeit für mich ist, die ich dann auch mit den Kindern verbringe. Hier war es jetzt so, dass Franz und ich uns halt abgewechselt haben und da war es nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass die Menschen sich mit dem Smartphone noch mehr beschäftigen. Das sehe ich halt einfach nur als Gefahr und möchte darauf hinweisen. Natürlich gibt es auch die gleichen Datenschutz- und Sicherheitsbedenken, die es auch gibt, wenn du das Ganze am Browser benutzt. Das will ich auch nicht verschweigen. Also da muss man auch dann nochmal gucken. Aber ich finde, es hat ein großes, großes Potenzial, weil es halt so viele in der Hosentasche haben. Das Smartphone haben ganz viele. Ich habe zwölfjährige mit Smartphone gesehen, die vierzehnjährige mit Smartphone und ab der fünften, sechsten Klasse haben ja ganz viele ein Smartphone. Es kann auch ein altes Ausrangig sein, damit funktioniert es ja auch. Sobald es Internetzugang hat. Und damit kann ich dann auch wieder alle Lernenden mitnehmen. Aber ich muss es aktiv machen. Dafür müssen die Lehrenden aber auch in der Lage sein, das Ding zu bedienen und zu wissen, wie kann ich denn meine Lernenden mitnehmen auf die Reise. Und das ist die größte Herausforderung, die wir momentan haben. Die Lernenden sind teilweise einen Schritt voraus, den Lehrenden. Und das muss geändert werden. Entweder die Lehrenden lassen sich von den Lernenden unterstützen oder sie holen sich Unterstützung passender, damit sie wieder auf gleicher Höhe sind. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, die Geräte haben natürlich das Potenzial zur Ablenkung und zur Dauernutzung. Aber wie gesagt, ich habe eh viele gesehen, die klebten, hatten das Smartphone quasi. Also wenn man es in die Hand reintransportieren könnte, das wäre die ganze Zeit, dann wäre das Smartphone wie eine Hand. Also das ist ja echt schon ganz, ganz viel. Und ja, muss jeder selber für sich entscheiden. Aber ich finde es halt aktiv mit einbinden. Und damit können wir auch Lernschwierigkeiten abbauen. Wir haben so ein großes Potenzial. Und ich bin jetzt noch nicht darauf eingegangen, dass wir zum Beispiel, sobald Chatschipiti auch diese neue Variante, diese sprachliche, viel versiertere Variante rausbringt, wo ich auf Deutsch sprechen kann und es meinem Gegenüber übersetzt wird auf Italienisch oder auf Chinesisch oder auf Englisch oder sonst irgendwas, die Person spricht in seiner Landessprache und es wird mir wiederum in meiner Sprache übersetzt. Das wird ganz viel verändern. Das ist aber jetzt mit Chatschipiti, Perplexity kann das so in der Form. Noch nicht. Ob es kommt, weiß ich nicht. Wenn du natürlich kein, ja, wenn du offline bist oder kein Netz hast, ja, dann kannst du die KI-Tools natürlich auch nicht nutzen. Aber das ist auch, wenn du kein Internet, wenn das Internet mal nicht funktioniert, weil so wie bei uns jetzt hier gerade Bauarbeiten sind und Glasfaser verlegt wird, da kann es dann schon mal zu leichten Ausfällen kommen. Ich hoffe immer, toi, 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 dass wir davon verschont bleiben, aber man weiß es nicht. Ich hoffe, ich konnte dich dazu anregen, die KI zu nutzen, sowohl Perplexity als auch OpenAI am Smartphone. Beide haben ihre Daseinsberechtigung und beide sind für unterschiedliche Einsatzzwecke. Das müssen wir einfach auch mal so sehen. Es sind unterschiedliche Einsatzzwecke und Anwendungsfälle, die du mit dem einen KI-Tool besser hinkriegst oder mit dem anderen. Mach es aber dir einfach und nutze sie. Kombiniere sie ganz geschickt miteinander, damit du dir deine Arbeit viel leichter machen kannst. Mir hat es viel geholfen, denn ich habe vieles auch noch mal aus einer anderen Perspektive gesehen, weil ich mit der KI eine Perspektive einnehmen kann, die aus meiner eigenen Soße herausgeht. Und so kann es den Teilnehmenden ja auch gehen. Und das finde ich sehr schön. Und wenn du noch am 3.9. nicht weißt, was du mit deiner Zeit anfangen sollst, dann komm doch zu mir in den AI-Practitioner. Das Ding wird gerade aus meiner Sicht richtig gut. Ich hoffe, meine Teilnehmenden sind dann auch so begeistert, wie ich es gerade bei der Erstellung bin. Ich habe vorhin noch an dem Miro-Board gearbeitet, habe schon mal die ganzen Sprintblätter fertig gemacht, und ein Kanban-Board draufgestellt und eine Retro mit draufgestellt. Also da wird es auch unterschiedliche Methoden, also einen unterschiedlichen Methoden-Mix auch noch mal geben, unterschiedliche Retros. Nein, die habe ich nicht mit der KI erstellt, sondern die habe ich jetzt einfach mal mit Miro erstellt. Aber auch hier hat sich so viel verändert in den letzten Wochen, dass ich sage, wow, da können sich die Teilnehmer schon mal drauf freuen, weil auch Miro-AI ein Thema sein wird. Also, nutze die Apps, unterhalte dich mit den KI-Tools. Es ist noch mal ganz anders, als wenn du schreibst, versprochen. Probier es einfach aus und setz das Ganze auch mal spielerisch mit deinen Teilnehmern ein. Wenn es in die Hose geht, wir sind in der Beta-Variante von sämtlichen KI-Tools, in der Beta-Variante. Wir brauchen nicht erst warten, bis Alpha kommt. Oder keine Ahnung, wie dieser Zustand dann sich nennen wird. Momentan hangeln wir uns ja von einer Beta zur nächsten Beta-Variante. Also nutze es in deinen Trainings, als Trainingsassistent. Anregung, hoffentlich hast du genug gekriegt zum Brainstorming, Advocate Diabolo, Sparingspartner, als weiteren Teilnehmenden und all diese Dinge. Probier es aus. Bis demnächst. In deinem Ohr, deine Mareike. Das war Bildung rockt von und mit mir, Sandra Mareike Lang. Wenn du mehr erfahren möchtest über die Methoden und Technologien der Zukunft, dann klicke auf www.lerncoaching-podcast.de www.lerncoaching-podcast.de